Hi, wir sind vom Kanal Manja Manja! Seid ihr bereit? Ja! 3, 2, 1, los! Leute, wir sind in Atlantis! Die Heimat der besten Rutschen der Welt! Heute den ganzen Tag ist der Park nur für uns geöffnet! Wir können jede Rutsche benutzen, die wir nur wollen! Weil wir allein sind! Es gibt mehr als 100 Rutschen! Wow! Wow! Ich habe eine Herausforderung für euch! Wer will die meisten Rutschen rutschen? Ich! Ich natürlich! Ihr müsst nicht mal mitmachen! Weil ich werde 100 Rutschen rutschen! Nein, ich! Alle von ihnen? 100 insgesamt? Ja! Ihr seid verrückt, Leute! Los geht's! Los geht's! Wer ist der Erste? Dieser Wasserpark war größer, als ich ihn mir vorgestellt hatte! Ich musste viel laufen, um Zeit zu haben und viele Rutschen zu besuchen! Ich war am Anfang viel zu ängstlich! Dann kann ich mehr fahren! Oh, los geht's! Ich habe Angst! Hilf mir doch jemand! Gleich ist der beste Tag meines Lebens! Juhu! Wer hat sich diese Herausforderung ausgedacht? Ich habe versucht, hier zu stehen! Ich denke, diese Fahrt ist nicht so schlimm! Schauen wir mal! Auf Welsi gehen wir! Medusa oder Hydra? Hydra! Hydra! Okay, gehen wir! Abonnenten! Um wen macht ihr euch mehr Sorgen? Um Vanya? Manja? Mich? Oder Mama? Schreibt's in die Kommentare! Ich bin da! Okay, seid ihr bereit? Ja! Wer will erster sein? Ich! Wir warten auf grünes Licht! Los geht's! Juhu! 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 Wir haben es geschafft! Noch eine Rutsche! Wir sind schwerer, deswegen sind wir zuerst angekommen! Sie sind leicht! Der Wasserpark war völlig leer! Und 24 Stunden lang nur für uns geöffnet! Oh nein, 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 nein! Da gehe ich nicht hin! Da gehe ich nicht hin! Nein, 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 nein! Da gehe ich nicht hin! Ich habe solche Angst! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Auf Wiedersehen, Vater! Ich habe solche Angst! Habe ich die gruseligste Rutsche bekommen? Oh mein Gott, warum? Mom ist die nächste! Oh nein! Okay, okay! Oh nein! Oh mein Gott! Das war so gruselig! Wow! Wohin gehen wir als nächstes? Surfen! Die Surfen! Genau so! Los geht's! Ich mache das zum ersten Mal! Surfen ist Reiten auf einer Welle auf speziellen, leichten Brettern! Wir müssen die Welle erwischen! Ich bin zum ersten Mal auf ein Brett gestiegen und ich glaube, ich war nicht schlecht darin! Wusstet ihr, dass der offizielle Rekord im Surfen auf einer Welle bei 3 Stunden und 55 Minuten liegt? Und die größte Welle wurde in Alaska verzeichnet! Sie war 524 Meter hoch! Ich bin bereit! Los geht's! Los geht's! Los, los, los! Übrigens, ein weiterer interessanter Fakt von mir! An der University of Claymouth in England kann man einen Bachelorabschluss im Surfen machen! Das ist nur noch an drei weiteren Universitäten auf der Welt möglich! Ich denke, dass ich nach dem heutigen Tag alle diese Abschlüsse problemlos erhalten kann! Ich bin ein großartiger kalifornischer Surfer! Fantastisch! Jetzt bin ich dran! Das hat mir nicht gefallen! Das Brett rutscht immer weiter weg! Man kann vor lauter Wasser nichts mehr sehen! Nein, Surfen ist definitiv nicht mein Ding! Jungs, fahrt ohne mich! Und einmal haben mich die Wellen sogar aus der Rutsche geschleudert! Ich habe es nicht mal eine Minute geschafft! Ich habe den Eindruck, dass Vanya der Beste war! Er bekommt also die meisten Punkte! Abonnenten, was denkt ihr? Wer ist der beste Surfer unter uns? Vanya, Manja, Papa oder ich? Derjenige, der mehr Stimmen erhält, bekommt zusätzlich Punkte! Jetzt möchte ich vor den Sprungtürmen springen! Ich auch! Los geht's! Ihr habt keine Angst? Nein! Also ich habe Angst! Wohin soll ich gehen? Mädchen auf der linken Seite, Jungs auf der rechten Seite! Gut, gut! Drei, Zwei, Eins! Ah! Ich habe es geschafft! Das rückt mir zehn Punkte! Wow! Drei, Zwei, Eins! Auf dem Gelände des Wasserparks in der Ambassador Lagune leben mehr als 65.000 Meeresbewohner! Das ist einfach so unglaublich! Wir sind so nah dran hier! Wasch eine lange Flosche! Er lächelt! Schaut, er lächelt! Sollen wir nun weitermachen? Der nächste Schritt ist die Fahrt mit Haien! Habt ihr Angst? Oh ja, ich auch! Ich bin zu alt für so etwas! Ich bin müde! Oh no! Aber es ist völlig sicher! Alle werden hinter Glas sein! Aber ganz nah! In solchen Momenten kommt es mir vor, als befände ich mich mitten in einem echten Märchen! Haie, Rochen, bunte Fische! Alles ganz nah! Das habe ich noch nie gesehen! Das war cool! Viele Haie gibt es da! Wo ist Papa? Ich bin da! Los geht's! Los geht's! Bei dieser Rutsche beschloss Manja, mit uns herunterzufahren! Und das bedeutet, dass wir alle einen Punkt bekommen! Juhu! Nein, wartet! Ich will gewinnen! Gib mir mehr Punkte! Leute, das ist die höchste Rutsche in dieser Gegend hier! Und fast 40 Meter lang! Wer will damit rutschen? Du! Ich? Nur ich? Ja, ja! Okay! Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's! Los geht's, meine Liebe! Los geht's! Wir sehen uns unten! Oh no! Natürlich! Wer sonst wäre so eine gruselige Rutsche gefahren? Natürlich Papa! Ich? Ich? Boah! Papa war hier! Auch da gehen wir! Gewichtstest! Grünes Licht! Wir dürfen rutschen! Ja! Los geht's! Nein, nein! Warte! Ich glaube, ich habe meine Meinung geändert! Halt! Halt! Ah! Juhu! Go, go, go! Die zählen auch hier! Ja! Los geht's! Plus eins! Manja, das ist keine Rutsche! Aber das ist eine Stange! Okay, lass uns hochklettern! Ja! Plus eins! Das ist ein Eimer mit Wasser! Aber wann? Plus eins! Juhu! Plus eins! Gehen wir zu dieser Rutsche? Nein, ich werde nicht hingehen! Das ist nur für Kinder! Okay, für mich! Plus eins! Plus eins! Plus eins! Gehst du zur Kinderrutsche? Ja! Es zählt! Ja! Okay, gehen wir! Kann ich dorthin gehen? Oh nein, Größenbeschränkungen! Ich habe eine Idee! Wow, no! Halt zu! Nun, wir können auf jeden Fall mit dieser Rutsche fahren! Schaut mal, wir sind so klein! Kann wir jetzt rutschen? Nein! Okay! Aber wir haben noch viele andere coole Rutschen! Wow! Schaut Kinder! Hier gibt es fast 23 Rutschen! Aber die meisten davon sind nur für Kinder! Aber wir können es versuchen! Los geht's! Ich werde diese Challenge auf jeden Fall gewinnen! Plus eins! Nein, das werde ich! Nein, ich werde das! Ich bin älter und schneller! Ich habe mehr Geschicklichkeit! Nun, das werden wir sehen! Ich werde mehr Rutschen besuchen! Mama und Papa sind definitiv im Rückstand! Die ganze Familie! Jeder bekommt Punkte! Ich glaube, ich muss Punkte für Charisma hinzufügen! Wow! 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 Natürlich! Wieder die gruseligen Rutschen! Ich hatte solche Angst! Oh mein Gott! Oh, ich habe noch eine gefunden! Los geht's! Diese hier? Oh, Leute! Wer will rutschen? Du und du! Welche willst du? Lila, Lila, Lila! Du auf die Rute! Los geht's! Wow! Jetzt sind wir vorbereitet! Nicht das schon wieder! Nein! Es ist nur für die Kleinen! Ich gehe auf die Kinderrutsche! Plus eins! Lass mich dir helfen! Ups! Ihr habt nichts gesehen! Liked und abonniert unseren Kanal! Vanya Mania! Ja! Regen! Plus eins! Leute, hier geht's rund! Die Jungs gegen die Mädchen! Gewonnen! Plus eins! Nein! Wir haben gewonnen! Wow! Was für eine Rutsche! Für diese Rutsche brauchen wir kleine Kinder! Nächstes Mal nehmen wir Liosha und Dascha mit! Mach ich das so richtig? Was seid ihr Abonnenten? Plus eins! Plus eins! Seht ihr das hier? Wenn ihr drüber seid, dürft ihr nicht rutschen! Und wenn ihr kleiner seid, dürft ihr rutschen! Ich bin so groß! Darf er rutschen? Nein, du darfst leider nicht rutschen, okay? Los geht's! Eins, zwei, drei, los! Zu viele rutschen, auf die ich nicht darf! Ich werde diese Challenge verlieren! Okay! YouTube! Abonnieren! Lasst uns eine Challenge machen! Wer will erster sein? Ich, ich, ich! Ich? Okay, ihr beide, ihr beide! Das ist schnell! Zwei, drei, los! Es gibt ein drei Meter hohes Ende! Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll! Aber es ist so wichtig, dass man sich manchmal erlaubt, ein Kind zu sein! Im Moment zu sein! Sich selbst herauszufordern! Um deiner Familie nahe zu sein! Sich zu freuen! Zu lächeln! Zu lachen! Und wieder zu lachen! Unser Leben ist auf solche Momenten aufgebaut! Fühle das Leben nur mit schönen Emotionen! Ich bin sogar bereit, meine Punkte für diese Rutsche an Manja und Vanya zu verschenken! Wegen ihres schönen Lächelns und ihres Mutes! Und ich kriege einen Punkt von euch Abonnenten! Denn ich bin der beste Kommentator! Oder, Leute? Was ist mit diesem Fluss, Leute? Ja! Ist das okay? Ich stehe mir zu! Los geht's! Wir sind bereit! Los geht's! Los geht's! Was glaubt ihr, wie viel dieser Fahrt geben wird? Fünf? Zehn Punkte? Oder vielleicht sogar zwanzig? Oder null? Warum null? Sie ist lang, sie macht Spaß und hier ist es nass! Also drei dafür! Ja, genau! Wow! Wahnsinn! Wow! Wow! Wow, das macht so viel Spaß! Oh, Vanya, schau mal! Die Mädchen schlafen schon fast! Sie werden den ganzen Spaß verpassen! Ich werde nichts auslassen! Schaut! Ich denke, wir können einen weiteren Punkt für diese Wasserfülle da hinzufügen! Los, los, los! Aber wer hat gewonnen? Überprüfen wir die Ergebnisse! Und der Gewinner ist... Und der Gewinner ist... Das ist ja eher wie eine Strafe und kein Preis! Wow! Ich werde ihn mit euch teilen! Danke, danke! Lecker! Vergesst nicht, dieses Video zu liken und Vanya-Manya zu abonnieren! Auf Wiedersehen! Großartig! 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 Haha! Was geht, Leute? Nicht gelangweilt! Ah! Ah! Ich habe etwas für euch! Was? Die bunte Bälle-Challenge! Das könnte interessant sein! Ich zeige es euch! Kommt mit! Wisst ihr, wie viele Bälle wir haben? Einhundert? Nein! Tausend? Nein! Zehntausend? Nein! Wow! Fantastisch! Hey! Wow! Es sind... 30.000 Bälle in diesen... Kisten hier, okay? 30.000? Ich kann es nicht glauben! Aber zuerst haben wir eine Challenge für unsere Abonnenten! Ihr habt 5 Sekunden Zeit, um runterzugehen und unseren Kanal zu abonnieren! Und like dieses Video! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Die Zeit ist um! Los geht's! Ich bin so aufgeregt! Ich könnte mein ganz kleiner Schrank mit diesen Bällen füllen! Ich werde ein Badezimmer füllen! Wow! Zwei! Bist du sicher? Okay! Versuch drei! Okay! Oh! Oh, Achtung! Bereit? Ja! Okay! Gute Idee! Aber zuerst müssen wir eine Mauer bauen, damit die Bälle nicht rauskommen! So! Das müsste gehen! So! Also! Toll! Los geht's! Das ist so schwer! Das sieht aus wie die ukrainische Flagge! Du weißt schon! Blau und Gelb! Wow! Ja! Mein liebster Tag überhaupt! Manja, welche Farbe haben wir wohl als nächstes? Rot! Richtig! Seid ihr hier? Haben wir grün? Ja, das haben wir! Aber leider bin ich so müde! Weil ich so glücklich bin! Mama wird uns was erzählen! Das ist die Idee von Dad! Also, Manja, es ist Zeit zu springen! Drei! Zwei! Eins! Spring! Wo ist sie? Hier! Hallo, Manja! Machen wir eine Herausforderung für dich! Ich werde diese Krake verstecken! Und du musst sie fetteln! Schließ die Augen! Okay, Manja! Das Spiel kann beginnen! Wow! Manja, versuch es dort! Ich habe ein bisschen Angst! Oh nein, er steckt fest! Manja, komm wieder raus! Oh, ich habe ihn gefunden! Wow! Wow! Wir haben es geschafft! Es ist Zeit, unseren Kanal Manja zu abonnieren! Ja, das ist richtig! Hier! Manjas Idee, das ganze Badezimmer zu füllen, war so cool! Und meine Garderobe ist nicht cool genug, oder? Ich habe eine tolle Idee! Ich werde 30.000 Bälle herunterrollen! Könnt ihr euch das vorstellen? Aber halt, hier gibt es überall Löcher! Ich kann sie mit Lego zumachen! Wow! Ich bin sicher, dass ich diese Herausforderung gewinnen werde! Und dieses Mal wird das Geschenk definitiv der neue Ferrari sein! Oh, was ist das? Hey, Papa! Was? Ich brauche deine Hilfe! Was? Ich möchte 30.000 Bälle diese Treppe herunterrollen lassen, okay? Aber wozu das Lego? Hier gibt es überall Löcher! Es ist aber nicht genug Lego, oder? Ja, ich habe unten noch mehr! Okay, bring es hoch! Brauchst du etwas Hilfe, Manja? Ja! Ja! Ich bringe noch mehr! Riesiges Lego! Okay! Ja! Ich habe mehr! Ich bin fertig! Papa, aber es muss für die ganze Treppe reichen! Oh nein! Oh nein! Nicht die ganze Treppe! Nein! Okay, lass es uns bauen! Wow! Manja, was denkst du? Ist es stark genug? Vielleicht! Wir werden es später sehen! Wofür ist das? Ich habe es vergessen! Ich habe es dir bereits gesagt! Das habe ich vergessen! Ich bin ein alter Mann! Ich habe eine Herausforderung für dich! Für mich? Ich erkläre es dir später! Das ist großartig! Siehst du irgendwelche Löcher? Nein! Ich glaube, wir müssen das ausprobieren! Los geht's! Wir müssen also dafür sorgen, dass diese Bälle genau zum richtigen Zeitpunkt fallen! Ja! Ich weiß, was ich tue! Okay! Ich werde dieses Brett für die Bälle verwenden, damit sie nicht so früh herunterrollen und so! Hier! Hier? Wir werden das alles mit Bällen füllen! Mit den Bällen! Und dann diese Wand hier entfernen! Ja, da kommen alle Bälle auf einmal! Wow! Jetzt gehen sie nicht mehr raus! Nehmt das! Wozu ist das gut? Diese Tafel dient dazu, die verschiedenen Bälle zu trennen! Ah, okay! Gell! Wow! Wow! Ich muss hier rausgehen! Wow! Wozu ist das gut? Zum Trennen von zwei Farben jetzt! Blau! 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 Okay! Das wird für die grüne Farbe sein! Wow! Wow! Oh nein! Wanya, nein! Wanya, nein! Oh mein Gott! Ich hätte das nicht erwartet! Ich habe mehr Farben! Das ist sowas von cool! Stimmt! Das ist so cool! Ja! Fantastisch! Ah! Wow! Hier! Bist du jetzt glücklich? Ja! Wanya, ich habe eine Überraschung für dich! Es ist ein Schuh! Spaß! Ist das ein Boot? Wuhu! 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 Ja! Ja! Fantastisch! Wow! Das macht so Spaß! Gib mir fünf! Wuhu! Wanya, willst du noch einmal? Natürlich! Leute! Wollt ihr nächstes Mal noch mehr Bälle? Dann sollte dieses Video eine Million Likes bekommen! Was ist passiert? Was ist das? Wanya, du hattest gesagt, es wird in einem Schrank sein! Was ist das hier? Das ist viel besser als in einem Kleiderschrank! Fantastisch! So, Leute! Wir müssen alles aufräumen! Alles? Ja, alles! Okay! Oh, Luke! Luke, hallo! Oh, yeah! Kann ich jetzt hier reinmachen? Es ist Zeit für Superenergie! Okay, Leute! Eure Herausforderungen waren sehr, 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 sehr lustig! Super Herausforderungen! Fantastisch! Aber meine ist viel, 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 viel lustiger! Wollt ihr es sehen? Ja! Gehen wir! Ich zeig's euch! Was denkt ihr, was es ist? Ein Teppich? Boah, tu ich das gut! Es ist ein Wasserfall! Ein Wasserfall aus Bällen! Aus 30.000 Bällen? Ja, richtig! Aber wir brauchen noch etwas! Bälle! Ja, richtig! Bälle! Wir müssen sie hierher bringen! Okay, los geht's! Auf geht's! Auf geht's! Los, 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 los! Warte! Geld! Ich? Na gut! Das ist nur der erste Lauf! Wir müssen das noch etwa 10 Mal wiederholen oder so! Okay! Ausgezeichnet! Gute Arbeit! Dad, was kommt als nächstes? Jetzt müssen wir es aufbauen! Wow, das sieht interessant aus! Fantastisch! Jetzt bauen wir es auf und bringen ein paar Bälle! Ja! Yay! Super! Wow! Ich glaube, ich bin fertig! Alles aufgebaut! Endlich! Der Skipper ist mit den Bällen füllt! Ja! Das ist das Wichtigste! Ja, es funktioniert! Fantastisch! Wow! Wow! Jetzt bin ich dran! Können wir in den Regen gehen? Ja, aber beeilt euch! Das kann jeden Moment herunterfallen! Wow! Wow! Großartig! Das ist nicht genug! Das ist nicht genug! Wir brauchen mehr! Nein! Ich hab Angst! Leute, seht mal was ich habe! Seid ihr bereit? Ja! Wir sind bereit! Eins! Eins! Zwei! 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 Yay! Hooray! Wow! Das war so cool! Das war nicht unheimlich! Wow! 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 Das war nicht unheimlich! Und jetzt lass uns alle in den Pool pusten! Ja? Pusten? Ja! Pusten! Wer will! Hey! Nimm es! Kann ich es versuchen? Ja! Wow! Pusten! Du bist ja so cool! Fantastisch! Punkt! 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 Und jetzt lasst uns in den Ballen schwimmen gehen. Ja! Eins, zwei, drei, ja! Ja! Drei, ja! Das macht so Spaß! Fantastisch! Abonnenten, findet mich! Wow! Ich bin hier! Jetzt bin ich hier! Abonniert unseren Kanal! Vanya, Vanya! Verstecken und filmen! Verstecken und filmen! Eins, zwei, drei! Ich hab eine Idee! Wow! Fantastisch! Und jetzt geh ich hier hoch und spring! Aber sei vorsichtig! Okay! Oh, wow! Das ist echt gefährlich! Drei, zwei, eins, los! Juhu! Wow! Fantastisch! Fantastisch! Wow! Wow! Ich hab etwas für die Kinder! Ein brandneues, rotes Auto! Wow! Es ist ein Auto! Fantastisch! Es ist ein Auto! Fantastisch! Fantastisch! L distinction! Du bist so Möchtet ihr etwas trinken? Ja! Wow! Schön! Wow! So ein schöner Tag, Leute! Ja, ich nehme zu! Aber was ist mit den Challenges? Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Welche war besser? Welche war die beste? Also, entweder das Badezimmer, die Treppe oder der Wasserfall. Hooray! Oder der Pool. Die Abonnenten sollen wählen. Eins, zwei, drei oder vier. Bye, bye! Hooray! Hooray!